Das ist doof. So, jetzt geht's los. Jetzt ist Start in Hohenstein. Ich hab mein Bett dabei. Die Nummer 863. B2B-Raising. B2B steht natürlich nicht für Business-to-Business, sondern für Burgheil und Tuban-Schule. Das ist der Heimatort der beiden. Burgheil, Burgheil nahe Berlin. Der Marcel Mika und der Frank Schubert. Was haben sie denn? Mercedes. C81 Benzin, 1800 Kubikzentimeter, 117 PS, 200.000 hat er auf der Nadel. 1995 modifiziert sind das Fahrwerk vorn und hinten, verstärkte Achsen, neue Scheinwerfer drin und unübersehbar ein Dachzelt aufgezaubert. Die beiden werden natürlich auch unterstützt von vielen, vielen Leuten und ich lese hier alle Freunde, will er sich bedanken, die haben bei der Reise zum 40. Geburtstag unterstützt. Deshalb weiß ich, da hat es den 40. Geburtstag gegeben, von hier noch alles Gute und gute Fahrt und gute Reise. Haltet durch, schönen Dank. Dankeschön. Ja, klick. Nummer 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017